Ihr habt schon so oft gefragt, also wird es Zeit, dass ich euch zeige, wie ihr euer Sender-System ins Home Assistant bekommen könnt. Es gibt verschiedene Wege, das Ganze ins Home Assistant zu bringen, einmal über MQTT, aber auch seit neuestem eine Hex-Integration. In diesem Video machen wir es mit der Hex-Integration. Wenn ihr es mit MQTT machen möchtet, auch kein Problem, mein YouTube-Kollege Thomas hat das bereits getan. Einfach oben rechts das Video, dann können hier alle Freundinnen und Freunde von MQTT das bei ihm nachbauen. Und wir werden in diesem Video nicht nur die Integration des Home Assistant packen, sondern auch die Powerflow Card Plus, damit einmal ausfüllen und natürlich das Energie-Dashboard auch, sodass ihr ein rundes Bild dann bei euch zu Hause habt. Ich bin der Ur, willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Lasst uns nun gemeinsam die Sender-Integration entdecken. Und wenn ihr zukünftig solche Folgen, solchen Content gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert den Kanal. Ansonsten filmen ab! Kurz Hinweis an dieser Stelle. Da wir heute über Sender-Gerät und Home Assistant reden, den Hyper 2000 selbst nutze ich seit längerer Zeit auch als Stromspeicher zusammen mit meiner PV-Anlage. Das Video dazu oben rechts und dann könnt ihr euch auch dieses System mal anschauen. Außerdem habe ich seit Neuestem auch den Solarflow 800 mir angeschaut und ein Review dazu erstellt. Auch das Video dazu oben rechts oder unten in der Beschreibungsbox. Für beide Systeme könnt ihr mit dieser Integration auf jeden Fall Werte erhalten. Wir werfen einen ganz kurzen Blick in die fertige Lösung. Einfach, dass ihr seht, was dann später möglich ist. In meinem Beispiel mit dem Hyper 2000. Und dann könnt ihr hier einige dieser Einstellungen auch bei euch vornehmen. Je nachdem, was für ein Gerät ihr habt. Und das funktioniert eigentlich ziemlich cool. Dann könnt ihr auch damit das Energiedashboard und auch eine Powerflow Card damit bestücken und dann damit sehr viel Spaß haben. Und jetzt geht es darum, das bei euch ins Home Assistant zu bringen. Und dafür braucht ihr zum einen den Home Assistant Community Store. Wenn ihr den Home Assistant Community Store noch nicht habt, oben rechts das Video. Dort zeige ich auch, wie ihr zum Beispiel eine Custom Repository reinbekommt. Denn das brauchen wir auch gleich. Also zwei neue Sachen für den einen oder anderen. Schaut euch das Video an, bringt das bei euch rein und dann könnt ihr genau hier weitermachen. So, wir springen jetzt mal in den Home Assistant Community Store. Und hier gehen wir oben rechts auf die drei Punkte und drücken dann auf Benutzer Definitive Repositories. Ich habe jetzt schon den Link von der Repository und drücke auf Integration. Und dann kann ich das Ganze hier hinzufügen. Keine Panik, ihr findet den Link unten in der Beschreibungsbox. Jetzt können wir danach suchen. Wunderbar, da ist es auch schon. Wir werden ganz kurz durch die Integration hier durchgehen. Und als erstes Ehre, wem Ehre gebührt. Hier in dem Fall Firesun. Auf jeden Fall Dankeschön für diese coole Integration, womit wir dann in der Community das Ganze genießen können. Im Nachgang habe ich mich dann bei Firesun für diese Integration bedankt, damit du auch zukünftig motiviert bist, hier noch weitere coole Funktionen für uns aufzusetzen. Wenn wir jetzt hier durchgehen, dann zeigt er, wie das Ganze hier reingebracht wird. Wie gesagt, wir gehen das gemeinsam hier durch. Beziehungsweise auf der GitHub-Seite sieht man etwas mehr. Ganz wichtig, hier ist eine Liste mit den Geräten, die derzeit unterstützt werden. Also wenn jetzt euer Gerät nicht dabei ist, seid nicht traurig, versucht es trotzdem. Vielleicht geht es dennoch. Zum Beispiel der 2400 AC ist noch nicht drin oder der Solarflow 800 Pro ist auch noch nicht drin. Aber vielleicht hat es einfach Firestone noch nicht testen können. Also jetzt, wo wir das Ganze hier reingebracht haben, drücken wir hier unten rechts auf Herunterladen. Wir nehmen einfach die neueste Version und einmal Herunterladen. So, jetzt ist das Ganze heruntergeladen und wir müssen einen Neustart machen. Also starten wir das Ganze einmal neu. Mittlerweile ist mein Testsystem am Leben und jetzt können wir hier die Sendor-Integration reinbekommen. Also dazu gehen wir zu den Einstellungen, dann zu Gerät und Dienste und dann einmal unten rechts auf Integration hinzufügen. Jetzt geben wir hier einmal Sendor ein und drücken dann einmal hier drauf. Jetzt müsst ihr hier einmal den Benutzernamen und das Passwort aus der Sendor-App hier eingeben. Und in meinem Fall habe ich an diesen Einstellungen hier nichts verändert. Und dann drücken wir hier einmal auf OK. Da haben wir auch schon hier einmal den Hyper 2000 und einmal hier die andere Integration mit dem Power Manager. Ihr könnt es noch in den Bereich reinfügen. Mir ist das egal auf dem Testsystem. Und drücken dann auf Fertig. Nachdem wir jetzt die ganzen Daten hier eingegeben haben, sehen wir hier die Sendor-Home-Assist-Integration. Da können wir auch reingehen. Dann haben wir zwei Geräte und 69 Entitäten. Bei Konfigurieren haben wir hier nur den Scan-Intervall, den ihr verändern könnt. Also 90 Sekunden standardmäßig eingestellt. Könnt ihr dann so einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Wir springen jetzt mal hier rein. Dann haben wir zum einen einmal den Sendor-Cluster-Manager und einmal in meinem Fall natürlich den Hyper 2000. Wir springen erstmal da oben rein. Dann können wir sehen, dass wir hier den Sendor-Manager-Operation haben. Da können wir auf Manual-Power und Smart-Matching machen. Das kann ich jetzt in meinem Fall nicht nachstellen, weil ich nur ein Hyper 2000 habe. Es geht hier in diesem Fall, wenn ihr in einem Cluster-Verbund seid, könnt ihr dann hier die Einstellung vornehmen. So, das für euch zur Info. Also springen wir jetzt direkt zum Hyper 2000. Und hier sehen wir direkt mal ein paar ziemlich coole Sachen. Wir sehen hier ein paar Steuerelemente. Ihr seht hier Gerät-Infos. Ich habe natürlich schon bereits Helfer hinzugefügt in der Zwischenzeit. Automation, Szenen und Skripte könnten wir auch sehen. Und dann haben wir hier unten noch weitere Sensoren. Wir gehen durch den einen oder anderen durch, aber fangen wir erstmal oben an. Wir haben hier einmal den AC-Mode, den ihr verändern könnt. In meinem Fall spielt das keine Rolle, weil ich das hier mit dem Shelly Pro 3M steuern lasse. Ihr könnt die Lampe an und ausmachen. Ihr könnt hier den Limit-Input verändern und auch nochmal den Limit-Output. Dann Maximum von der Batterie und Minimum von der Batterie. Gerade Minimum finde ich ziemlich cool. Wenn man in den Winterbetrieb geht, kann man hier dann auf 30% hochgehen und ist dann quasi so für den Winter vorbereitet. Braucht er nicht mehr die Sendung-App. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Bei den Sensoren sehen wir jetzt einiges. Ihr seht bei mir, ist wohl jeder Smart-CT-Mode wird hier angezeigt. Wir haben hier einmal Kilowattstunden für Batterie-Input, Batterie-Output, mit denen wir arbeiten könnten. Spannend ist auch hier am Electric-Level. Das ist sehr wichtig, vor allem wenn wir mit der Power-Flow-Card gleich uns das Ganze anschauen. Und wenn wir weiter runter gehen, haben wir auch hier nochmal die Temperaturanzeige. Spannend wird es jetzt mit diesen Sensoren hier. Wir haben hier einmal den Output-Pack-Power. Das ist das, was in die Batterie reingeladen wird. Dann haben wir weiter drunter den Pack-Input-Power. Und das ist das, was aus der Batterie rausgegeben wird. Ihr könnt es bei mir sehr gut sehen, dass dann gegen abends hier dann die Batterie entladen wird. Und natürlich auch tagsüber, wenn ihr dort mal Hilfe von der Batterie braucht. Und last but not least haben wir hier einmal Solar-Power 1 und Solar-Power 2, beziehungsweise auch Solar-Input-Power als Gesamtes, wo ihr dann nochmal tracken könnt, was das Ganze hier mit den Paneelen erwirtschaftet hat. Das wird natürlich auch spannend für die Power-Flow-Card, aber auch für das Energie-Dashboard. Und somit wären wir eigentlich hier durch. Ihr seht, mehr gibt es hier tatsächlich nicht. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Fangen wir fort, nun in unserem Programm und bevölkern damit hier das Energie-Dashboard. Und viele Entitäten bekommen wir aus der Sende-Integration mitgegeben und damit werden wir auch gleich arbeiten. Aber beim Netzbereich bekommen wir damit Probleme. In meinem Fall arbeite ich ja im Smart-CT-Mode und habe ein Shelly Pro 3M am Netzanschlusspunkt angeschlossen. Und da kann ich zwei Sensoren davon nutzen, die ich euch gleich zeige. Wenn bei euch dort ein anderer Sensor benutzt wird, dann tauscht bitte diese dementsprechend aus. Also springen wir erst einmal in das Testsystem zurück, gehen zum Energie-Dashboard und fangen hier einmal an bei der Energie-Konfiguration. Bei Netzbezug nehme ich jetzt hier den Shelly Pro 3M. Und das müsste Total Active Energy sein. Dann könnt ihr noch einen festen Preis verwenden, nur als Beispiel 35 Cent bzw. 0,35 und dann hättet ihr das getrackt. Und bei Netzeinspeisung müsste das Active Energy Returned sein, genau. Könnt auch hier eine feste Vergütung, aber bei BKW hat man, ja gut, wenn man es anmeldet, auch eine Vergütung. Machen wir einfach 0,07 Cent als Beispiel und speichern das. Dann hätten wir schon mal hier die Seite des Stromnetzes hier abgeschlossen. Aber jetzt aufgepasst, bei PV-Modul und bei Heimspeicher kommen wir jetzt so nicht weiter und hier müssen wir uns jetzt an den Helferlein bedienen. Deshalb machen wir kurz hier einen Exkurs und springen zu den Einstellungen, gehen zu Geräte und Dienste und dann hier einmal zu den Helfern. Hier auf dieser Seite gehen wir unten rechts auf Helfer erstellen und nehmen dann einmal den Integralsensor. Als Namen könnt ihr jetzt nehmen, was ihr möchtet. Bei metrisches Präfix könnt ihr Kilo nehmen, das passt soweit, Zeiteinheit ist okay. Und Eingangssensor, den zeige ich euch. Dann nehmen wir hier einmal Solar Input Power und das ist hier dieser Sensor. Dann hier reinpacken. Bei der Integrationsmethode könnt ihr links nehmen. Ich habe tatsächlich alle drei getestet. Ihr habt gesehen, ich habe dort einen Testlauf auf dieser Seite. Es sind wirklich nur Nuancen. Ich habe dort keinen nennenswerten Unterschied entdeckt, aber meistens nimmt man hier links. Bei der Genauigkeit liegt es an euch. Könnt ihr mit einer Kommastelle oder zwei Kommastellen, ist total egal. Und dann drücken wir hier auf okay. Wunderbar. Dann hätten wir das schon mal erstellt. Und dann können wir auch zurück ins Energiedersport springen. Können hier BKW Energie Gesamt nehmen. So, das passt. Und speichern. Wir bekommen jetzt hier den Hinweis. Das ist deshalb, weil wir immer auf eine volle Stunde warten müssen. Hier heißt es sogar, es kann sogar bis zu zwei Stunden dauern. Jetzt kümmern wir uns hier um den Heimspeicher. Dazu gehen wir wieder zurück zu den Helfern. Drücken auf Helfer erstellen. Und erstellen uns nochmal ein Integralsensor. Als Namen nehmen wir jetzt hier, was uns den Input hier wiedergibt. Deshalb nenne ich es einfach BKW Input. Dann auch wieder Kilo nehmen. Das passt soweit. Und hier nehmen wir den Output Pack Power. Könnt auch hier wieder links nehmen. Genauigkeit ist wieder euch überlassen. Das war es dann eigentlich auch schon. Können hier einmal auf okay drücken. Dann ist der auch fertig. Und wo wir dabei sind, erstellen wir uns direkt noch einmal einen. Diesmal aber hier genau die entgegengesetzte Richtung. Ich nenne das BKW Batterie Output. Präfix können wir wieder Kilo nehmen. Und als Eingangssensor nehmen wir den Input Pack. Aua, passt. Können hier links nehmen. Genauigkeit wieder euch überlassen. Und das war es. Dann haben wir auch schon mal diese beiden und können zurückspringen zum Energiedashboard. Hier drücken wir nun auf Batteriesystem hinzufügen. Und in den oberen können wir den Input nehmen. Und in den unteren den Output. Und somit wird das Ganze auch schon eingerichtet. Und ich zeige euch dann, wie das Ganze fertig aussieht. Dazu springe ich in mein Produktivsystem. Und dann bekommt ihr hier diese Werte angezeigt. Und wenn ich hier in die Konfiguration abspringe vom Produktivsystem, seht ihr auch BKW Energie Gesamt, Batterie Output, Batterie Input. Also genau so, wie es auch im Testsystem gemacht wurde. Und hat euch das Ganze jetzt mit dem Energiedashboard geholfen? Schreibt mir das bitte gerne unten in die Kommentare. Ich muss ja wissen, ob ich hier das Ganze gut erkläre oder nicht. Jetzt, wo wir das abgeschlossen haben, nehmen wir die positive Energie mit und die Motivation und erstellen gemeinsam eine Power Flow Card Plus. Aus Zeitgründen werde ich die Power Flow Card Plus jetzt nicht im Detail erklären, sondern einfach nur sagen, wo ihr was eintragen müsst. Einfach, dass ihr hier eine Hilfestellung habt. Ich habe euch hier schon mal was vorbereitet. Wenn ihr die Power Flow Card Plus noch nicht habt, oben rechts, das Video ist bereits erstellt. Ihr müsst euch nur anschauen, hinzufügen und dann könnt ihr genau hier weitermachen. Und ich habe gewisse Informationen hier schon hinzugefügt, aber eins nach dem anderen. Grid müssen wir gleich gemeinsam machen aus dem Shelly Pro 3M. Bei Solar könnt ihr hier Solar Input Power eintragen und dann wird es hier oben angezeigt. Das für euch zur Info. Bei Battery nehmt ihr bitte den Separated Entities und tragt bei Consumption Pack Input Power und bei Production Output Pack Power. Und bei Batterie könnt ihr bei State of Charge dann diesen Wert hier nehmen, bei Electric Level und das können wir uns hier einmal rauskopieren und können das Ganze dann hier schön eintragen. Wunderbar. Zu Hause wird in der Regel automatisch berechnet, sobald wir alle anderen eingetragen haben und Grid auch hier eingetragen wurde. Jetzt erstellen wir aber gemeinsam einen Grid-Sensor, wenn ihr jetzt in dem Fall einen Shelly Pro 3M so wie ich nutzt, dann ist das sehr gut. Ihr müsst dann dementsprechend aus dem Netzsensor, den ihr habt, dann das eintragen. Wir springen jetzt einmal zu den Einstellungen, dann zu Geräte und Dienste, dann oben rechts auf Helfer. Hier drückt ihr unten rechts auf Helfer erstellen und könnt dann hier die Gruppe nehmen. Bei der Gruppe nehmt ihr bitte einmal die Sensorgruppe und dann bekommen wir hier dieses Pop-Up. Hier gibt ihr einfach irgendeinen Namen ein. Als Mitglieder, ich habe sie im Kopf, das ist in meinem Fall einmal Phase A Active Power, dann brauchen wir noch die Phase B Active Power und einmal die Phase C Active Power. Weil der Shelly Pro 3M hat keinen gebündelten Sensor, deshalb müssen wir uns hier so aushelfen. Und hier nehmen wir einmal Summe und dann haben wir hier schon einen sehr guten Wert, weil derzeit die PV-Anlage auf dem Dach schießt einiges ins Netz. Aber so hat okay bei euch, sollte dann auch irgendein Wert bei rauskommen. Drücken wir auf okay und merken wir uns auf jeden Fall hier diesen Namen, den kopiere ich mir schon mal. Jetzt springen wir einmal zurück und in meinem Fall ist es ein Combined Entity, weil diese Entität springt sowohl positiv als auch negativ. Und dann ist auch schon hier die Power Flow Card Plus fertig. Lasst euch derzeit davon nicht irritieren, das ist dadurch, dass ich einen BKW habe und eine PV-Anlage, ist es jetzt hier nicht 100% perfekt. Bei euch sollte es aber perfekt sein. Beziehungsweise wir machen einen ganz kurzen Sprung in mein Produktivsystem und hier könnt ihr dann sehen, wie es bei mir aussieht. Also da ist jetzt nicht dieser fälschliche Kreis, der nach rechts wandert, das ist einfach nur, weil das Testsystem, wie gesagt, ein Testsystem ist und gewisse Informationen dort fehlen. Somit hätten wir auch das geschafft. Ich würde sagen, das war doch wunderbar. Wie hat euch das gefallen? Packt mir das unten in die Kommentare. Würde mich riesig freuen über euer Feedback. Und jetzt stellt ihr euch doch sicher die Frage, hey, alles schön und gut, aber wie sieht das denn nun im Real Life aus? Kann man denn damit arbeiten? Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich zeige euch das mal hier anhand eines Beispiels. Ich habe euch jetzt so die wichtigsten Entitäten hier reingepackt und wir können an so einem Beispieltag sehen, wie zum Beispiel abends hier die Batterie sich Stück für Stück entlädt. Parallel dazu haben wir auch hier wie der Electric Level, so wird hier der State of Charge benannt. Dann immer weiter nach unten geht. Wie ihr seht, funktioniert das Ganze sehr gut ohne irgendwelche Lücken. Wenn wir uns das Ganze bei Sonnenaufgang anschauen, dann können wir sehr gut sehen, wie sowohl hier die Batterie geladen wird, wie aber auch gleichzeitig hier die PV-Module hier angezeigt werden, dass sie Strom produzieren. Also das finde ich wunderbar und ich hoffe, das gibt euch einfach so einen Einblick, dass hier die Werte sehr gut nachverfolgt werden und auch sehr gut protokolliert werden und man damit auch tolle Automatisierung bauen kann. Und wenn ihr jetzt noch mehr Hilfe braucht bezüglich spezieller Automatisierung hier mit dieser Integration oder anderen Themen mit eurem Smart Home, wir haben ein Forum gegründet, wo ihr gerne euch registrieren dürft und für dieses Forum lasst jetzt ein Einspiel ablaufen und idealerweise registriert ihr euch noch heute. Wir freuen uns auf euch. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch AppSupport unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. It's time to say goodbye, aber bevor wir uns komplett verabschieden, sprechen wir kurz über die Stärken und Schwächen hier von dieser Integration. Toll ist natürlich, dass wir es mit dem Hacks ganz einfach reinbekommen können. Habt ihr gesehen, das ging eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden. Und dann haben wir eine Fülle an Sensoren und Entitäten, womit wir dann hier tolle Automatisierung bauen können. Schade ist, was noch fehlt, sind die ganzen KWH-Sensoren, die wir uns natürlich mit Hilfe erstellen können. Aber wäre cool, wenn die einfach out of the box auch von dieser Hacks-Integration rauskommen. Das ist einfach hier Motivation für Fire Sun, vielleicht das Ganze nochmal einen Tick aufzubohren, damit es einfach später auf einem silbernen Tablett fertig ist und wir dann nur noch das Ganze hier ausfüllen müssen, bei der Powerflow Card oder beim Energiedashboard in diesem Fall. Und jetzt seid ihr gefragt, wie fandet ihr die Integration von Sendu aus dem Home Assistant Community Store? Packt mir eure Meinung unten in die Kommentare, ich tausche mich sehr gerne mit euch aus. Sonst, wenn jemand anderes ein Sendu-System hat und vielleicht auch Home Assistant, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen, ich denke, die bedankt sich schon mal im Voraus. Ansonsten ist es vielleicht ein Ansporn, sich ein Home Assistant-System hier zuzulegen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video hier geholfen hat oder weitergebracht hat. Es war wie immer sehr viel Arbeit. Sonst, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal rein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao!